3, 2, 1. Herzlichen Willen. Da fangen wir nochmal an. Herzlich willkommen, liebe Investoren, Spekulanten und Trader. Es ist der 6. Januar 2024 und ich sitze hier mit meinem Stargast Murat. Hallo Murat. Hi, grüß dich Thorsten und allen ein frohes neues Jahr. Wünsche dir auch, wünsche dir auch allen unseren Zuschauern. Und da das Video natürlich für die Ewigkeit ist, wir haben das Jahr 2024 jetzt. Wow, wer hätte das gedacht. Als ich jung war, dachte ich, Murat, im Jahr 2024 haben wir alle Fliegergürtel an oder Raketenbackpacks. Letztens habe ich auf einer Müsli-Packung gelesen, man sollte die Packung nicht mitessen. Also irgendwas ist furchtbar falsch gelaufen. Komisch, verstehe ich gar nicht. Ganz wirklich. Anyway, was wollen wir heute machen? Murat gibt uns heute seinen Murats-Mantli, der heute ein bisschen anders heißt. Nämlich, das ist der Jahresausblick, in den Murat eingeht. Wir sind gerade eben im Greenroomer drüber. Ich habe gesagt, stop it, stop it, stop it. Erzähl mir nicht alles. Ich möchte live drauf reagieren. Absolut klasse. Dann gebe ich dir sofort die Brücke weiter. Murat, du hast die Brücke. Dankeschön. Alles klar. Dann mache ich mal kurz meinen Bildschirm an hier, die Freigabe. Ja, und das, was du meinst mit den fliegenden Autos und Hoverboard und so, da erinnere ich mich immer an den Film Zurück in die Zukunft. Ich glaube, wir sind schon vom Jahr älter als die Zeit, in der er in die Zukunft gegangen ist. Ja, genau. Ich glaube, die sind bis 2022 gegangen und da ist er mit seinem Hoverboard und den fliegenden Autos durch die Gegend geflogen. Naja, das Leben hat uns eines Besseren belehrt. Ist doch nicht alles ganz so. Aber kannst du mal sehen, wie die damals gedacht haben, wie es in der Zukunft sein wird und wie dann die Realität dann wirklich ist. Dann kannst du laut sagen. Oh, Tactical Brief Logo in der Präsentation. Klasse. Jo, da habe ich endlich mal dran gedacht. Genau, und damit will ich auch gleich beginnen. Und zwar habe ich als Hintergrund mal eine Klarinette gewählt, um zu sagen, wo spielt denn die Musik jetzt dieses Jahr oder was können wir erwarten. Und ich wollte halt so einen kleinen Jahresausblick machen, was uns erwarten kann. Und ich habe versucht, das mal so ein bisschen anders zu machen. Weniger Charts werden heute sein, dafür ein bisschen mehr Statistiken. Und wir fangen da auch gleich mal mit dem ersten Bild an. Und zwar hier wieder von SeasonX. Die Saisonalität habe ich hier mal rausgenommen und zwar aus letztem Jahr. Einen kleinen Jahresrückblick, also zehn Jahre Saisonalität und wie der SMP sich dann letztes Jahr darauf verhalten hat. Und da sehen wir, dass der SMP, das hätte ich auch in den letzten Murat Manslis auch immer wieder erwähnt, dass mir aufgefallen ist, dass der SMP letztes Jahr sehr gut auf seine Saisonalität reagiert hat. Und da sehen wir halt jetzt mal wirklich das abgeschlossene Bild. Und wir sehen nach einer leichten Seitwärtsphase im ersten Quartal, da ist der SMP sogar ein bisschen stärker gestiegen. Dann im März haben wir klassischerweise immer mal wieder so einen kleinen Dip. Und dann kommt so eine leichte Sommerrallye, die dann halt im Juni, Juli endet. Dann kommt so eine Seitwärtsphase, wonach wir dann halt wieder das Tief im Oktober haben. Und das war ja mehr oder weniger, also absolutes Tief zwar nicht, aber ein sehr markantes Tief, was wir jetzt letzten Oktober haben, weil seitdem geht der Markt eigentlich nur noch nach oben und dann halt in die Jahresendrallye, die wir dann auch mit einem kleinen Rücksetzer nach unten abgeschlossen haben. Und damit passte das Bild eigentlich sehr gut. Und ja, dann will ich gleich zum nächsten Bild. Wir sind halt auch aktuell in einer besonderen Phase. Und zwar sind dieses Jahr ja wieder die Präsidentschaftswahlen in den USA. Und da wird halt auch immer drauf geguckt in die Pre-Election und in das Election Year. Und das kann man bei Season Next auch sehr gut screenen. Und da habe ich hier einfach mal eingegeben über den Filter, auch rückblickend jetzt auf letztes Jahr, das Pre-Election Year. Hier gemessen auf die letzten 25 Jahre, damit ich auch ein bisschen mehr Daten habe. Ihr seht hier auch, dass die Daten bis 1999 zurückgehen. Und da war nämlich dann auch ein Wahljahr. Und wie sich der SNP hier auch in dem Fall saisonal verhalten hat, gemessen an der Saisonalität oder wie der absolute, wie die Preis-Action war, gemessen an der Saisonalität. Und da sind wir diesem Muster eigentlich auch ziemlich gut gefolgt. So, damit kommen wir auch schon jetzt in dieses Jahr. Wo geht die Reise hin? Und da habe ich mir mal ein paar Daten gezogen, aus einem Video auch von Julius de Kampener und Sam Stobbel, der so der Vater der Zyklen- und Wirtschaftszyklenanalyse ist. Und genau, da haben wir mal ein paar Statistiken hier jetzt. Und die Frage ist natürlich immer, wenn das Jahr aktuell gut war, wie läuft das nächste Jahr? Oder wenn das Jahr schlecht war, wie folgt das darauf folgende Jahr? Und hier hat er mal aufgeführt und gezeigt, dass einem schlechten Jahr, also einem Down-Year, folgt häufig halt ein sehr positives Jahr. Und das ist jetzt auch noch ein bisschen ein Rückblick zu letztem Jahr. Wir hatten ja im Jahre 2022 ein sehr schlechtes Jahr. Da hat, glaube ich, der S&P mit knapp 21,9% oder so Minus gemacht. Und ja, daraufhin folgte halt ein sehr positives Jahr. Und im Schnitt performte der S&P dann halt mit 19,9% darauf folgend. Und ja, das konnten wir halt sehen. Das letzte Jahr war halt sehr positiv. Und genau, wir haben ja jetzt zum Schluss sogar noch neue All-Time-Heist gemacht. Also jeder, egal wann er eingestiegen ist, ist quasi im Profit wieder rausgegangen am Ende des Jahres. Dann sehen wir hier nochmal auch eine Statistik und zwar auch die saisonalen Performance oder die saisonale Performance November bis April versus Mai gegen Oktober. Und da sehen wir halt auch, dass, wenn wir hier nach rechts gucken, dann schlägt grundsätzlich der November bis April Zyklus den Mai bis Oktober. Und im S&P seit 1945 haben wir halt statistisch gesehen, zeigt die Historie, dass wir von November bis April grundsätzlich immer, oder nee, nicht immer, aber zu 70%, den Markt halt schlagen oder outperformen oder besser sind als im Vergleich zum Mai bis Oktober. Und ja, was will ich damit sagen? Also ich denke, dass es jetzt halt nochmal so bis März, April nochmal positiv weiterlaufen kann am Anfang des Jahres und dann wir halt in dieses bekannte Sommerloch kommen und dann es ab Oktober wieder weitergeht. Ja, dann haben wir hier nochmal den S&P basierend auf seinen Total Returns und wie er sich da jetzt so im Durchschnitt verhalten hat und gerade in der ersten Amtszeit des Präsidenten. Und hier sind die Daten auch, ja, rückblickend bis zum Zweiten Weltkrieg gemessen und da sehen wir halt auch, dass der S&P, das seht ihr hier jetzt auf der linken Seite, wenn wir hier mal runtergehen, also in der ersten Amtszeit im vierten Jahr performt der S&P halt grundsätzlich ziemlich gut. Ja, und also hier mit 5,9 Prozent im vierten Jahr, im vierten Quartal sozusagen der Amtszeit und eine Jahresperformance wird hier erwartet grundsätzlich von 15,5 Prozent. Und interessanterweise ist, oder interessant ist hier halt, dass bisher gemessen seit dem Zweiten Weltkrieg das vierte Quartal der ersten Amtszeit in 100 Prozent der Fälle so oder positiv performt hat. Das ist, also wir haben hier einen Indikator, das ist der Faktor, wie die invertierte Zinskurve, nicht Depression, ein Rezessionsindikator ist, haben wir hier den, gut, macht natürlich auch Sinn, ja, alle wollen in die Wiederwahl reingehen. Ich habe eine interessante Diskussion letztens gehört, da ging es darum, okay, was wird Paul machen, es kommt alles auf die Zinsen an. Wird Paul Biden in die Knie reingrätschen im Wahljahr und die Zinsen weiter anheben, ja, oder nicht so stark senken, wie der Markt das schon vorhersagt, oder wird er eher die Politik, die Biden oder die Biden-Administration macht, akkommoditieren? Ja, vor allem, ist ja auch kein Geheimnis, Olle Trump ist kein großer Fan von Mr. Paul. Das heißt, wenn er seinen Vertrag verlängert haben will, macht er jetzt am besten keinen Blödsinn im Wahljahr und sorgt dafür, dass Trump auf den Schwingen einer explodierenden Rezession wieder ins Amt reinkommt. Dabei fiel mir auch auf, so dieses, was ich die ganze Zeit vergessen hatte, ja, wir unterhalten uns über Liquidität und wir hatten dieses riesige, wie haben sie es genannt, den Inflation Reduction Act in den USA, wo du denkst, okay, ja, das bringt Liquidität in den Markt rein. Und Leute wie ich, die eigentlich sehr bärisch waren, weißt du, was ich vergessen habe? Das fiel mir das erste Mal so richtig auf, in 2008, 2009. Da hatten wir die große Finanzkrise und wir sind nach Deutschland gezogen und ich war damals aktiv in der Schule tätig, ja, also im Elternbeirat etc. Und das kam mir erst letztens der Gedanke, nachdem die ganzen Gelder in die Wirtschaft, ja, und in die Administration reingepumpt waren, da war ein enormer Time-Lag, bis das Geld wirklich ausgegeben wurde. Die Gelder, die in 2008 in den Markt reingepanscht wurden, die wurden in 2009, lagen die immer noch da und die Schulen wussten nicht mehr, wo sie es ausgeben sollten, ja, weil sie hatten schon neue IT, sie hatten neue Whiteboards, sie hatten schon die Renovierungen gemacht und da lag immer noch Geld rum. Ja, und dann kamen die Gelder erst auch später mit rein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Erklärung, weil wir diese hochantizipierte Rezession nicht gesehen haben. Die Gelder, die 700 Milliarden, die durch den Inflation Reduction Act reinkamen, die sind auch gar nicht durchgefiltert. Die Corporate Earnings werden immer noch davon profitieren, dass dieses Geld noch gar nicht ausgegeben wurde, sondern jetzt erst in den Wirtschaftszyklus reinläuft. Und das heißt, wenn dieser fiskale Impuls jetzt auch noch im Vorwahljahr durchhalten sollte und die beiden Administrationen mehr Geld ausgibt, dann hast du hier die Statistik, die du gerade gezeigt hast, das ist ziemlich geil, oder? Ja. Dann würden wir nämlich wirklich sagen, fein, zumindest statistisch gesehen, wann hast du schon einen Prior von 100 Prozent? Ja, eben. Also das ist schon sehr signifikant und auffällig, finde ich halt auch. Aber ich finde halt auch, bei Saisonalitäten oder solchen Statistiken muss man halt auch immer versuchen, dann so eine logische Nachvollziehbarkeit vielleicht herauszufinden, warum ist das so. Und ja, wie du auch schon gesagt hast, also Biden, wenn der sich jetzt nochmal stellt, und der will sich ja nochmal stellen als Kandidat, der will natürlich wiedergewählt werden. Also grundsätzlich. Ob das jetzt bei Biden, kann man darüber diskutieren, jetzt Sinn macht, der wirkt ja auch mittlerweile etwas senil. Und wenn man sich da mal ein paar Reportagen anguckt. Und was ich interessant finde, da wollte ich nochmal die Schlagzeilen drüber lesen, aber Trump soll ja jetzt auch in mehreren Bundesstaaten, oder mehrere Bundesstaaten haben wohl dagegen, Veto dagegen eingelegt, dass Trump wiedergewählt werden soll. Ja, aber das ist ja interessant. Das ist ein Riesending, wird momentan diskutiert. Und das ist natürlich auch sehr antidemokratisch. Aber die Staaten, in denen das passiert ist, sind sowieso demokratische Staaten, die er nicht gewinnen würde. Also die Wahlmänner, das Wahlmänner-System, die könnten den auch von den Tickets komplett runternehmen. Diese Staaten, die das durchführen konnten, würden Trump nicht wiederwählen. Fuck it. Das macht ihn einfach nur noch stärker bei denjenigen, die sagen, hey, was geht denn da ab? Das Problem wieder, du hast gerade angesprochen, Biden wirkt ein bisschen nicht mehr ganz so fit. Wollen wir es mal freundlich ausdrücken. Dadurch, dass ich älter bin, viele von euch haben das nicht gesehen, das erinnert mich immer mehr als Politbüro in der Sowjetunion. Ja, da tritt ein Trump gegen den Biden an und beide sind gefühlt 200. Ja. Ja, und alle, die in den Parteien was zu sagen haben, sehen auch schon ein bisschen klapprig aus und verlieren teilweise ja von Nancy Pelosi bis auf, wie hieß der von den, von den Republicans, der eingefroren ist vor der Kamera. Ich habe den Namen vergessen. Und du guckst dir da an, das war in der Zeit, als ich jung war, hast du nach Russland oder in die Sowjetunion rübergeguckt oder in die DDR, da waren auch die ganze Führungsriege waren deutlich 70, 80 plus drin. Ob das unbedingt das ist, was du für die Zukunft haben willst, ja, gerade im Fall Biden, er wirkt jetzt schon ein bisschen klapprig, wenn der nochmal vier Jahre dann haben würde, ja, dann reden wir über fünf Jahre, die er noch vor sich hat, geht es wahrscheinlich eher darum, wer ist der Vice President, wer könnte übernehmen in dem Fall, dass er wirklich sagt, okay, mir geht es gesundheitlich jetzt nicht mehr so, dass ich wirklich noch Commander in Chief sein könnte. Ist das Kamala Harris oder werden sie noch jemanden aus dem Hut ziehen, der auf dem Ticket als Vizepräsident läuft, ne, Michelle Obama oder sowas, dann hat er eine gute Chance, Trump zu schlafen wieder, gell? Ja, mit Sicherheit. Also ansonsten schätze ich Trumps, also wenn er wirklich antreten sollte, schätze ich seine Chancen gar nicht mal so gering. Ja, es kommt auf den Vizepräsidenten in den USA an. Wen haben sie auf dem zweiten Ticket, auf dem zweiten Platz mit drauf, dann, das könnte Trump gefährlich werden. Wenn das nur ein reiner Kampf wäre, Trump gegen Biden, wird Trump gewinnen, ohne Zweifel. Ja, also davon gehe ich auch aus. Und deswegen wollen sie ihm, glaube ich, versuchen jetzt so den, ja, den Thron abzusägen, auf den er sich begeben will und, ja, mal gucken. Also bleibt spannend, wie sich das weiterentwickelt. Aber, wie gesagt, die Logik dahinter, dass natürlich das letzte Quartal in dieser Amtszeit, also das vierte Jahr, so positiv verläuft, weil die Präsidenten da sicherlich auch gut auf die Tube drücken, um die Wirtschaft anzukurbeln, um sich halt in einem guten Bild darzustellen, damit sie halt nochmal ihre Wähler auf ihre Seite gewinnen. Und daher macht das eigentlich nur Sinn, dass das letzte Quartal halt so positiv verläuft. Genau, mal gucken, wie es dann halt dieses Jahr wird. Und, aber, ich meine, die Statistik spricht für sich. Und da kann man dann erstmal vom Base Case dann ausgehen. So, wie sieht das weiter aus mit den Sektoren? Was halt auch spannend ist, es gibt ja nicht nur den S&P, sondern, was ja so die Large Caps sind, sondern es gibt ja auch noch die mittleren und kleineren Unternehmen im S&P, bezeichnet durch den S&P 400 und 600. Und da ist halt auch eine interessante Statistik, dass die Small- und Mid-Caps haben aktuell das größte zu erwartende Wachstumspotenzial. Und das sehen wir hier halt an dieser Tabelle. Da können wir hier einfach mal direkt nach unten sliden. Und da sehen wir halt, dass über die letzten 20 Jahre im Schnitt, also die Mid-Caps, also der S&P 400, aktuell mit einem, mit einer Vergünstigung oder einem Discount von 15% gerade gehandelt werden. Und relativ gesehen zum, also das sind die gemessen an dem Durchschnitt auf sich selber der letzten 20 Jahre. Wenn wir das Ganze aber relativ zum S&P nochmal sehen, dann sind die Mid-Caps gerade mit einem 30%igen Discount gerade zu bekommen. Wenn wir uns auf die Small-Caps mal stürzen, dann sehen wir da halt, hier habe ich das nochmal dargestellt, und bei den Small-Caps sehen wir halt, dass die aktuell gemessen an ihrer 20-jährigen, oder an ihrem 20-jährigen Durchschnitt mit 19% Discount gehandelt werden. Und relativ gesehen zum S&P sogar mit 34%. Also wir haben ein ungemein großes Upside-Potenzial in den kleinen und mittelständischen Unternehmen in den USA. Was diese Werte natürlich jetzt besonders interessant macht, und wo ich mir dann halt auch vorstellen könnte, dass da dann viele Leute anfangen, vielleicht ihr Geld umzuschiften, weil, was wir ja auch die letzten Wochen und Monate gesehen haben, die Magnificent Seven, also die sieben größten Unternehmen, waren ja so mitunter die Best Performer, dass da vielleicht dann die Gewinner umgeschichtet werden, auf die, die halt vielleicht nicht so gut gelaufen sind, und weil, wenn wir die großen Magnificent Seven mal vom S&P abziehen würden, dann würde von der Performance, die über das Jahr jetzt hingelegt wurde, nicht mehr viel übrig bleiben. Bin ich bei dir. Ich habe einen total klasse Chart gesehen. Ich werde ihn wahrscheinlich morgen mit reinbringen, wenn ich mit Nick aufnehme. Die Adoption Rate von Artificial Intelligence bei ChatGPT. Und der Chart war wirklich interessant. Du siehst nämlich diese wirklich enormen Wachstumsraten, als das Ganze hoch kam. Also es war wirklich Verdopplung, 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 Verdopplung. Seit sechs Monaten laufen wir de facto seitwärts, wo ich gedacht habe, wenn ich mich wieder an, ich ziehe wieder Benefit aus meinem hohen Alter. Die Internet Adoption Rate hat nicht nach sechs Monaten plötzlich angefangen, diese Wachstumsraten einzustellen. Da ging es weiter und weiter und weiter. Und bei Artificial Intelligence, der Chart hat mich wirklich überrascht, wo ich gedacht habe, warte mal, jeder hat doch erwartet, dass das jetzt genauso weiterläuft, wie die Internet Adoption Rate, die wir damals gesehen haben. Ja, am Anfang absolut Hype. Jeder von uns hat ChatGPT auch irgendwo auf seinem Rechner drauf. Aber es hat gewisse Funktionen, aber es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, von der mir jeder erzählt hat. Also das wäre zumindest jetzt noch nicht. Also da muss jetzt noch ein enormer Schub kommen. Oder du hast wirklich den Fall, dass die Leute sagen, ich habe so viel Profits gemacht auf meinen Magnificent Seven, auf den Erwartungshaltungen, die drin waren. Vielleicht gehen wir jetzt wieder mal selektiver ins Stockpicking rein. Ja, denke ich auch. Also du meinst, dass der Markt quasi jetzt gesättigt ist, was AI-Topic angeht? Es muss sich irgendwann rumsprechen, dass du sagen kannst, okay, wenn die Wachstumsraten wirklich nach wie vor so da wären und du könntest ein zweites Amazon entdecken, zu sagen, prima, ich hätte mir Amazon bei 30 Cent kaufen können, zurückgerechnet die ganzen Stockspits raus in 2000, oder 2001 oder 2002, wann es war, wann wir das Logo gesehen haben. Dazu müssten wir aber jetzt weiterhin diese Adoption-Rates sehen und auch wirklich Verbesserungen in unserem täglichen Leben, die wir durch AI erfahren können. Und es ist ja auch wieder kein Zweifel, ich weiß noch, wir haben Posttaschen damals in der Bank hin und her geschickt. Da standen 50 Adresszeilen drauf, das war unsere E-Mail in-house. Und irgendwann gab es E-Mail, was am Anfang genial war, bis es dann wieder ins Gegenteil verkehrt ist, weil jeder Blindkopien an jeden geschickt hat und da hat es plötzlich pro Tag 300, 400 E-Mails, die kein Schwein mehr gelesen hat. Aber wie es unser Leben besser gemacht hat, über die 20 Jahre und einfacher, war natürlich phänomenal, was dem Staat wieder mehr Möglichkeiten gegeben hat, die Zusatzerträge abzukochen oben irgendwo. Das heißt, der Staat hat sich gewöhnt ans Abkochen, an alles, was an positiven Entwicklungen da ist. Die müssen wir jetzt aber auch sehen. Ansonsten kommen wir in ein Feld rein, wo du sagen kannst, okay, die Produktivität geht nicht durch die Decke, was jetzt diese neue Technologie uns eigentlich versprochen hat. Aber der Staat wird immer gieriger und gieriger und gieriger dabei. Das wäre das Gegenargument, wo ich dann sagen würde, wenn ich als Investor die Welle mitgenommen hätte letztes Jahr, dann würde ich jetzt sagen, immer vorausgesetzt, wir sehen es Soft Landing. Dann gucke ich mir natürlich die kleineren Werte an und sage, wenn die nicht erdrückt werden durch höhere Zinsen, und wir haben ja auch schon in der Show hier mehrfach über den Deadwall gesprochen, der 24 auf uns zurollen wird. Wenn das kein Problem für diese Unternehmen ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Stockpicker wieder einen Vorteil gegenüber demjenigen hat, der einfach nur Delta-1-Instrumente wie ein Spy sein Geld reinjagt. Ja, definitiv. Und bei dem Stockpicking, da kann man dann halt auch, wenn man da ein gutes Händchen für hat, ich sage mal so, warum ich auch immer so die Mid-Caps und Small-Caps interessant fand, weil auch eine Apple war mal, oder Microsoft war mal ein Small- oder Mid-Cap. Diese Small- und Mid-Caps haben halt das Potenzial, irgendwann dann ein Big-Cap zu werden. Und das weißt du besser als ich, aber sicherlich gewisse Investmenthäuser oder Fonds dürfen erst ab einer gewissen Kapitalisierung des Assets erst in diesen Wert reininvestieren. Und dadurch, wenn ein Wert natürlich größer wird, also ein Small-Cap zum Mid-Cap oder zum Large-Cap wird, dann fließen da sogar noch mehr Gelder rein, warum dann halt unter anderem diese exponentiellen Wachstümer dann in diesen Werten dann resultieren. Es ist eines ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, den viele von den Kids vergessen. Unternehmen wie Enron, WorldCom existieren nicht mehr. Und Aktien wie NVIDIA gab es in 2000 noch gar nicht. Ja, genau. Google gab es noch nicht. Die kamen dann erst raus. Jetzt Dickschiff. Apple war eine Katastrophe, nachdem Steve Jobs damals weggegangen ist. Dann hat er sein Next gegründet, was auch nicht gerade gut lief, bis er wieder zu Apple zurückgeholt wäre. Wenn der nicht zu Apple zurückgegangen wäre, wäre Apple wahrscheinlich heute niemand mehr auf dem Schirm. Und alle würden nach wie vor Nokia-Handys oder Blackberries oder weiß der Henker, wer was erfunden hat. Das heißt, wir sehen diesen ständigen Fluss. Insofern ist es so extrem wichtig, als Investor reinzugehen. Was mir gefallen hat, war dein Chart vorher. Zu sagen, das müssen wir mal testen. Müssen wir mal David dran setzen. Wenn du immer diese Perioden investiert hättest, du wärst von Oktober bis April long gegangen und hättest deine Investments aufgelöst oder vielleicht sogar einen Short reingemacht, wie die Performances langfristig gewesen wären für den Gesamtmarkt gegen den S&P. Gibt es wahrscheinlich schon von irgendjemandem draußen, aber da werfen wir uns auch mal drauf. Ja, auf jeden Fall. Das wäre mal eine interessante Statistik. Und genau, machen wir hier erstmal weiter. Also wie gesagt, gemessen übrigens hier alles natürlich am Earnings per Share. Also den Gewinnerwartungen pro Aktie. Ist richtig, oder? Ja, und ich meine, überleg mal, 11% für das 24% ist schon ein dicker Hund eigentlich, was wir erwarten, wenn wir uns nur den S&P 500 angucken. Ja. Also das ist eine Wachstumsrate, wo du sagen musst, da ist der Markt auf fast Perfektion gepreist. Die müssen wir erstmal sehen. Ja, wenn wir jetzt weiter die Kurve nach hinten gehen, in die kleineren Reihen, 10, 17% etc. Das ist ja auch immer, du hast diesen Wasserfall da drin. Wenn die Großen ihre Earnings per Shares in diesem Fall nicht liefern können, ja, wo kaufen die ein? Die kaufen bei kleineren Firmen ein. Die kaufen ihre ganzen Zuleistungen dazu. Das heißt, das hat natürlich dann auch eine Auswirkung auf die zweite und dritte Reihe, die dahinter steckt. Wir haben wirklich dieses Szenario jetzt, wenn der Markt nicht zusammenbrechen sollte, ja, wenn wir kein Hard Landing sehen, dann ist das ein Szenario, mit dem wir wirklich gut arbeiten können, weil auch die Vergangenheit es zeigt. Alan Shepard, Astronaut, das Zitat hatte ich letztens gelesen, sagte, you can consider everything a good landing you can walk away from. Ja. Und ich glaube, das müssten wir eigentlich erwarten, um die Szenario dann so auszuspielen. Natürlich kann immer irgendwas passieren, da gehen wir heute wahrscheinlich nicht drauf ein, aber wir haben einigen Distress im amerikanischen Rentenmarkt gesehen, ja. Du weißt halt, in unserem Chat, da kam einer von unseren Kollegen, hat gepostet, wir haben die Ausreißer gesehen bei den Zinsen am kurzen und am langen Ende. War das nur ein Datenfehler oder ist irgendwas mit drin, was unsauber aussieht? Ja, das macht mich momentan noch vorsichtig, aber das Szenario, was du anhand der statistischen Daten hier aufgebaut hast, ist natürlich verlockend. Ja. Eben und ich meine, ja, wir wissen nie, was passiert. Das ist auch eine Wahrheit, die ich irgendwo, was lange gedauert hat, wie ich für mich akzeptieren muss. Und wir wissen, auch wenn die Vergangenheit uns gewisse Daten liefert, ich meine, diese 22 Standardabweichungen, Events im Aktienmarkt, passieren einfach häufiger, als sie rein rechnerisch passieren dürften. Aber wir müssen halt von einem gewissen Base Case ausgehen und dafür sind halt Statistiken immer gut. Und ja, genau, also deswegen sehe ich da aktuell das Potenzial in den kleineren Unternehmen und mal gucken, wie die sich dann nächstes oder dieses Jahr schlagen werden. Natürlich darf bei mir der RRG in diesem Bezug nicht fehlen und ich habe das mal dargestellt, auch den RRG gemessen am Dow Jones und den unterschiedlichen ja, Größen der der sag schon der Asset-Klassen und ihr seht das hier unten, dass ich da dargestellt habe, halt die Small Mid Caps und Large Caps dann auch nochmal sortiert nach Value und Growth und was hier halt auffällt, ist, dass wir eine besonders gute Performance jetzt über die letzten Wochen gesehen haben, in den Small und Mid Caps und da unabhängig von der, ob es jetzt Growth oder Value ist, also Wachstum oder Value-Werte und auch unabhängig von Growth und Value bei den Large Caps, dass die halt eher schlecht performt haben. Deswegen sehen wir die alle hier auf der Unterseite und im Chart stellt sich das halt da. Hier seht ihr die ganzen Large Caps, die eher schwach performen, während halt wie richtig Momentum und auch relative Out-Performance in den kleineren Unternehmen sehen. Und das bestätigt im Grunde genommen aktuell nochmal das Bild und so eine Trends neigen dann auch dazu, länger anzuhalten. Wer das Ganze schon länger beobachtet, werden wir halt so eine Bewegung sehen, wie letztes Jahr auch im Energy-Sektor, dass so ein Trend kann ziemlich lange anhalten. Und das bestätigt im Grunde genommen nochmal das Bild, was ich da jetzt in dem Video mit Sam Storre gesehen habe und seiner Annahme anhand der historischen Statistik, was uns erwarten kann. Ja, man sollte nicht gegen Momentum kämpfen. Das ist Blödsinn, macht keinen Sinn. Das ist so vor den fahrenden Zug springen. Und genau deswegen. Ja, also das nochmal dazu. Und dann ist halt auch nochmal immer die Frage, wenn wir jetzt das letzte Jahr gute Performer hatten oder schlechte Performer, macht es mehr Sinn in die Gewinner oder in die Verlierer von letztem Jahr einzusteigen. Und da habe ich hier mal dargestellt, wer war denn im letzten Jahr im Grunde genommen der Gewinner und der Verlierer. Ihr seht das hier, dass ich da hier die Auswertung auf ein Jahr gestellt habe, also die Performance auf ein Jahr, da wir jetzt noch Januar haben oder die ersten Tage, passt das genau auf 2023. Und da waren halt definitiv die Outperformer der Communication Services Sektor, dann der Consumer Discretionary, also beides natürlich zykliker und unten seht ihr dann nochmal den Technologiesektor, der besonders stark performt hat mitunter einer oder der beste Sektor und die eher schwachen Sektoren waren dann halt Consumer Staples, Energy aktuell und dann hier unten Utilities und ich habe nochmal hier ein Pfeil bei Healthcare gemacht, weil da ist halt auch das Interessante, gerade Consumer Staples, Healthcare und Utilities sind die drei defensiven Sektoren, die wir im S&P haben. So sollte dein Portfolio aussehen, wenn eine Rezession da ist, wenn wir in Joppy Waters reinkommen und das wird viele, den Sektor, den ich persönlich wrong war, war Healthcare mit dazu. Consumer Staples war ich nicht mit drin, Energy, da sind wir rausgegangen, nachdem wir den enormen Anstieg mitgesehen haben und Utilities war für mich nie eine Investmentalternative, wenn du am Rentenmarkt für sichere Zinsen über 5% kriegen sollst. Warum sollst du dann Utilities kaufen, die Dividendenrendite um die Höhe abliefern? Macht keinen Sinn. Ja, genau. Eben. Und ja, da ist jetzt natürlich die Frage so, okay, nehme ich jetzt die, bleibe ich bei meinen Gewinnern oder bleibe ich, schifte ich halt um in die Verlierer, weil die vielleicht besser outperformen und da habe ich hier auch nochmal eine Statistik und ja, die Frage, die sich hier natürlich stellt und die richtige Antwort auf die Frage, wo bleibe ich drin, ist natürlich, es kommt drauf an, wie die häufigste Antwort im Finanzsektor und ja, was wir hier sehen halt, ist die Sektorenrotation, also wenn der SMP macht halt eine durchschnittliche Performance von 9,8%, wenn wir jetzt aber ein positives Jahr hatten und da will ich mal jetzt auf dem nächsten Bild nochmal drauf eingehen, also, es kommt drauf an, was meine ich halt damit und da wir jetzt im Jahre 2022 ein schlecht performendes Jahr hatten, gilt grundsätzlich so die Redewendung oder das, wie nennt man das, Mantra, nach einem schlechten Jahr wollen wir first to worst, also von den sehr gut performenden Aktien aus dem Jahr umschiften in die schlechter performenden Aktien und im Jahre 2022 waren halt gerade die Sektoren XLP, XLU, XLV und Energy, also die defensiven Sektoren und Energy, die guten Performer und von denen wäre die richtige quasi Entscheidung gewesen, in die schwach performenden Sektoren zu wechseln, was in der, zu der Zeit oder Anfang 23 der Technologie-Sektor, Communication Services und der Consumer Discretionary-Sektor war. Das heißt, BTFD, Buy the Friendly Dip. Bei was? Buy the Friendly Dip. Ja, genau. Eben, und das waren halt Friendly Dips in den Sektoren und das waren halt auch die Sektoren, die halt jetzt in dem vergangenen Jahr sehr gut performt haben. Wenn wir ein positiv performendes Jahr haben, also in einem guten Jahr, dann heißt es grundsätzlich das Mantra Let your winners ride. Also, lass deine Gewinner laufen. Und da wir jetzt im Jahre 2023 ein eher positives Jahr hatten, wäre sozusagen die Antizipation, dass wir in diesem Jahr bei den Gewinnern bleiben. Was halt wiederum oder was halt bedeutet, dass die, der Technologie-Sektor und die Zykliker interessant werden für dieses Jahr. Wenn man diese, diese Strategie fährt, dann sehen wir hier halt in der Statistik, der S&P performt normalerweise dann halt die 9,8%. Wenn wir aber jetzt in den starken drei Sektoren bleiben würden, würden wir eine Performance historisch gesehen von 11,9% in unser Depot aufschreiben können. Und das mit einer 82-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Und wir würden mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit halt den S&P outperformen. Jetzt gibt es ja halt nicht nur die Sektoren, sondern auch in den Sektoren gibt es Untersektoren oder die sogenannten Branchen. Wenn wir da nochmal sozusagen die Zwiebel weiterschälen und ein bisschen genauer drauf gucken und nicht nur auf die einzelnen Sektoren, die gut performt haben, sondern auf die Subindustrien, also auf die Untergruppen oder auf die Branchen gucken, dann könnte man historisch gesehen eine 18-prozentige Performance erzielen mit einer 76-prozentigen Wahrscheinlichkeit und zu 73% würde man den S&P outperformen. Also hier, das ist auch so ein Motto von Howard Marks, auch der Mitgründer von Oaktree Capital, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Investor und hat auch schon mehrere Bücher geschrieben, auch über Marktzyklen und der bezeichnet oder hat so ein Wort gepflegt Second-Order Thinking oder Second-Level Thinking. Also wenn wir halt die Outperformer haben, okay, jeder springt auf die Outperformer, aber wenn wir jetzt nochmal eine Reihe weiterdenken, halt in die kleinere Ebene gehen und da will ich auch nochmal verweisen auf die Folien, die ich vorher gezeigt habe, nämlich die Small- und Mid-Caps auf die Untergruppen, nicht direkt auf die ganz großen, sondern auf die kleineren Unternehmen, da könnte man dann halt jetzt eine sehr, sehr gute Performance dieses Jahr erzielen. Und ja, genau, hier habe ich das nochmal aufgedröselt. Genau, jetzt habe ich, ja, war ich schneller als meine Folien mit meinem Reden. Das passiert mir die ganze Zeit, Murat. Du denkst so, okay, das musst du jetzt noch erzählen und dann denkst du, oder das habe ich auf der Präsentation eigentlich drauf. Dann drückst du auf den Knappen, alles, was ich euch gerade erzählt habe, steht hier nochmal. Ja, genau, hier seht ihr das nochmal schwarz auf weiß quasi, was ich gerade so erzählt habe. Genau, also hier auch nochmal, na, also das waren halt die guten Performer-Sektoren und genau, dann könnte man jetzt da in den Bereichen bleiben und nochmal, ja, additiv halt in diese kleineren Sektoren reingehen und gucken, was es da dann für Werte gibt, die man sich dann raussuchen könnte für sein Portfolio. Was man als Investor ja auch nicht vergessen sollte, ja, du hast jetzt, weil du, du bist schlicht und einfach unserem Playbook gefolgt, sagen wir mal, oder nicht unserem Playbook, dem Playbook des Marktes, hat gesagt, okay, wir sind in einem Reflation oder Goldilocks Szenario, du warst in den richtigen Sektoren exponiert, du hast eine fantastische Performance gemacht, jetzt wäre es ja, wenn ich mir die Statistiken angucke, kompletter Blödsinn, jetzt erstmal da rauszugehen, zu sagen, das machen wir, aber wenn du dabei warst, jetzt hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, prima, jetzt gebe ich ein bisschen von den Access Returns, die ich verdient habe, was für ein Hedge aus, dann macht ja auch Sinn, du wirst nie immer alles behalten können von dem, was du auf dem Schirm machst, weil sonst hätten wir keine 9% durchschnittliche Performance im S&P, sondern würde es immer nur die Höchstkurse greifen, aber zu sagen, in dem Fall, wenn ich da rein leere Folge, mich an einem Wirtschaftszyklus orientiere und er hat mir Überperformance gegeben, jetzt gebe ich bewusst ein bisschen von dieser Überperformance ab und lege mir ein paar Hedges hin, sichere mein Portfolio ab, das, was ich in dem Artikel, den ich bei euch auch veröffentlicht hatte, wie hieß er, Ferraris, Blow and Hooker, zu sagen, ja, jetzt gebe ich ein bisschen Rendite ab, bleib aber in den Werten, von denen ich erwarte, dass sie steigen, drin und lege mir ein paar Absicherungen mit rein. Das heißt, du kannst trotzdem dich weiter exponieren, gibst ein bisschen bewusst Performance ab, aber on the long run ist natürlich ein gewaltiger Unterschied, ob ich 9% mache, 8% oder 14%, du wirst nicht jedes Jahr 30, 40, 50% machen. Ja, wahrscheinlich nicht, kann aber auch sein und genau, also, wenn der Markt natürlich so heiß gelaufen ist, wie er jetzt so die letzten Wochen und Monate ja da performt hat, ja, bin ich ganz deiner Meinung, da mal vielleicht sich ein bisschen Absicherung reinlegen, gibt es ja auch die unterschiedlichsten Formen, wie man das dann machen kann. Ich will gerade so ein bisschen auch mal so Zyklen und Saisonalitäten im Wix noch mal genauer angucken. Vielleicht haben wir da irgendwann mal auch die Gelegenheit, dann ein Video zuzumachen und ja, also Wix kaufen zum Beispiel den Future wäre eine Möglichkeit oder je nachdem mit Optionen vielleicht absichern nach unten. Naja, das ist ein Thema für sich. Ich mache mal weiter und zwar, das waren jetzt sozusagen die Ausblicke und Rückblicke und ja, für dieses Jahr und woher das Ganze halt auch kommt, woher wir kommen und wohin es geht und dann wollen wir natürlich auch mal gucken, wo wir aktuell im Markt stehen und da fange ich auch erstmal an mit der Saisonalität, die ich hier gemessen habe auf die letzten wieder 25 Jahre, weil wir sind jetzt natürlich aus dem letzten Jahr, aus dem Pre-Election Year sind wir jetzt natürlich in dem Election Year, also in dem Wahljahr der US-Präsidentschaftswahlen und da, wenn wir uns das angucken, sehen wir, dass ja grundsätzlich das Muster eigentlich ähnlich bleibt, Anfang des Jahres ein bisschen auf und ab mit eher, würde ich sagen, Seitwärtsbewegung, vielleicht ein bisschen positiv, aber zum März sind dann erwarten wir historisch gesehen jetzt halt eher wieder ein Markt-Tief, von wo aus wir dann wieder steigen und dann nach dem Sommer erwarten wir wieder im Oktober ein Tief im Markt, von wo aus wir dann in die Jahresendrallye steigen und ja, im November sind dann ja die Wahlen in den USA und ja, das wird dann spannend, was sich da alles dann entwickelt so in dem Markt. Wenn du den Chart anguckst, könntest du sogar fast sagen, es kommt darauf an, wie viele Briefwahlen eingehen und wie viel Zeitraum für diese Briefwahlen da ist. Sagen wir mal, du hättest drei Monate Zeit zu wählen, dann trägt dich das hier zumindest von der Saisonalität in den starken Bull-Markt rein, die Stimmen werden schon abgegeben, die Stimmen werden für die Demokraten dann da sein, wo gesagt wird, okay, prima, wir haben keine Rezession gesehen, der Markt ist klasse, Arbeitsmarktdaten, die jetzt auch am Freitag rauskamen, sahen gut aus. Was bedeutet das Ganze für uns, wenn ich näher an die Wahlen rangehe und sage, jeder könnte nur im November abstimmen. Im November sagt uns die Saisonalität, sieht es eigentlich schlechter aus. Das heißt, du musst die Stimmen vorher schon einsammeln und das am besten über Briefwahlen. Auch interessant, wie sie das Ganze gestalten werden in den USA. Ja, mal gucken, ob die sich da die Gedanken machen oder nicht. Die Demokraten sitzen da garantiert drauf, Moritz. Das stimmt. Ich denke auch. Genau. So, dann kommen wir zu dem Marktzyklus weiter. Und ja, hier nochmal kurz, fand ich interessant, kann man auch bei Stockcharts halt einsehen, die relative Performance der Sektoren gemessen gegen den S&P und von der zyklischen Entwicklung, wie sich das Ganze darstellen sollte. Und da sieht man dann halt, dass wir da ziemlich dem Idealbild mehr oder weniger der Sinuskurve gefolgt sind. Oder kann ich ganz schamlos ein klasse Video empfehlen. Das heißt, der Wirtschaftszyklus, das ist von mir anderthalb Stunden goodness. Da seht ihr genau das, was dem zugrunde liegt drauf. Genau, verlinken wir natürlich unten. Ja, genau, also das fand ich nochmal spannend, deswegen habe ich das Bild nochmal eingebaut. Also ihr seht hier rechts unten nochmal, dass ich auf die letzten 252 Tage, was ungefähr einem Handelsjahr entspricht, die Performance gemessen habe der Sektoren und ja, also spannende Sache. Genau, weil hier seht ihr nochmal dasselbe Bild mit der Sinuskurve und wie die Sektoren zu welcher Zeit wie performen sollten und wo wir uns aktuell im Wirtschaftszyklus befinden. Und da beginne ich diesmal mit der unteren Tabelle, mit den eher Fundamentaldaten und angefangen mit dem Consumer Expectation, also mit dem Verbrauchervertrauen und bei diesen Charts muss man halt so ein bisschen sind halt so das Makro-Bild und man muss das Ganze ein bisschen subjektiv auch betrachten, weil wir sehen hier, dass das Verbrauchervertrauen natürlich über die letzten jetzt Jahre, wie wir hier sehen, runtergekommen ist, jetzt natürlich wieder aufgestiegen ist und ja, also da bei der Interpretation ist natürlich auch immer, das ist ein Monatschart und ja, so ein richtiges richtig oder falsch gibt's da nicht. Ich weiß, das fällt vielen schwer dann so wahrzuhaben, aber es ist halt immer so eine, es ist so ein bisschen ja, wie so ein Bungee-Seil oder so ein Gummiband, da ist ein bisschen Interpretationsspielraum und wie ich das Ganze jetzt interpretiere, ist, dass ich mir halt so die letzte Phase hier anschaue und da sehen wir halt, dass das Konsumentenvertrauen, Verbrauchervertrauen von hier unten von dem Peak jetzt natürlich wieder hochgekommen ist und gerade den letzten Monat auch wieder gut zugelegt hat und hier in der Tabelle können wir dann halt quasi das Ganze in vier Stufen einteilen und für das Verbrauchervertrauen und für das Verbrauchervertrauen, wenn es halt steigend ist, wie ich das jetzt einsortiert habe, dann befinden wir uns in der Early Recovery, also in dem frühen Aufschwungs, oder in der frühen Aufschwungsphase des Marktes. Wenn wir auf das, auf die industrielle Produktion gucken, da ist das Bild ein bisschen klarer, da sehen wir eigentlich, dass wir mehr oder weniger seitwärts uns bewegen und also flat sind und damit sind wir vom Wirtschaftszyklus her eher in einer Full Recovery Phase. Wenn wir uns die Fünfjahreszinsen angucken, was überwiegend halt so Konsumentenkredite sind, da habe ich jetzt das Ganze so eingestuft, dass ich sage, dass wir eher fallend sind und wenn ich das halt so betrachte, dann sind wir eher hier in einer Early Recession Phase. Bleiben wir bei den Zinsen und zwar der altbekannten Zinskurve, also die Zehnjahreszinsen minus den Zweijährigen. Da sind wir jetzt zwar die letzten Monate auch wieder stark oder haben uns stark erholt, sind wieder raufgekommen von einem Peak nach unten bei knapp ein Prozent. Also die kurzlaufenden Zinsen waren um ein Prozent höher als die Zehnjährigen, was eine ziemlich große Differenz ist. Also wir sehen das zuletzt hier in den Achtzigerjahren, dass wir in den Bereichen waren. Von da aus sind wir jetzt wieder nach oben gekommen, aber wir sind rechnerisch immer noch halt im negativen Bereich, also stufe ich das Ganze immer noch als inverted ein, was uns halt in den Bereich Early Recession wieder bringen würde. Weißt du, was Sinn machen würde? Das ging mir letztens durch den Kopf. Wie heißen die Burschen Economic Bureau, bla bla bla, die festlegen, wann eigentlich was eine Rezession war hinterher? Der Kürzel gerade nicht parat. Also das sind die, die offiziell dafür sorgen, dass die grauen Balken für die Rezession auf den Schaden sind. Ach, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie die. Ja, und jetzt sind wir mal ein bisschen ketzerisch. Die haben im ersten Quartal, im zweiten Quartal war die USA Wirtschaft negativ. Wir hatten schrumpfende Wirtschaftsdaten, aber das Economics Bureau for Labor Statistics, keine Ahnung, die kamen raus und haben gesagt, nee, wir werten das nicht als Rezession, weil der Arbeitsmarkt eben stabil war und Leute ihren Job nicht verloren hatten. Jetzt guck mal auf den Chart drauf, jetzt könnten wir mal ganz gemein sein und ich mache das demnächst mal bei einem von meinen Präsentationen und malen jetzt mal zwei graue Balken ein, das erste Quartal 22 und ins zweite Quartal 22. Da haben wir nämlich genau das, wir haben die Zinskurve halt invertiert, der Aktienmarkt ist verdroschen worden, wir hatten unsere Rezession. Ja, wir brauchen gar nicht drauf warten, Leute, so Deppen wie ich, die gesagt haben, wir warten ja auf die Rezession. Vielleicht sind wir auch nur durch die Daten getäuscht worden. Ja, wer wir müssen eigentlich schon die zwei grauen Balken eingemalt haben, die Rezession ist da gewesen und wir sind gerade in dem Recovery-Szenario. Das, was dagegen spricht, ist jetzt natürlich die Financial Conditions, die der eingemalt hat, das vorhin im Chart. Aber wenn ihr ein bisschen den Aluhut aufsetzt, könnte man wirklich sagen, ja, wir hatten die Rezession schon. Alles genauso, sogar die Zinskurve hat uns das perfekte Signal gegeben, wir sind negativ gegangen, wir sind gleich reingerauscht, der Aktienmarkt war super schnell, ja, wir hatten keine super langen Vorlaufphasen, sondern das war's. Du, so eine Rezession kann man auch sowieso nur retrospektiv als Rezession dann definieren und ja, kätzerisch könnte man da sagen, klar, liege ich dann immer richtig, wenn ich im Nachhinein sage, ja, das war eine Rezession. Gut, ich bin halt auch der Meinung, damit wir wirklich diese Rezession haben, hätte der Arbeitsmarkt noch wesentlich schlechter performen müssen. Also das war halt auch in der Vergangenheit, ich glaube, in irgendeinem vergangenen Video habe ich das auch mal gezeigt, dass grundsätzlich die Zinskurve halt wieder ins Positive läuft und der Arbeitsmarkt abschmiert. Wobei da dann halt natürlich auch die Frage ist, weil der Arbeitsmarkt abschmiert, werden die Zinsen natürlich wieder runtergesetzt, weswegen die Invertierung natürlich aufgehoben wird und ja, können wir mal separat drüber diskutieren. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört, ich habe den Namen leider vergessen, das ist von Piper Sandler, der Chefstrategist, der hat das sogenannte HOPE Framework. HOPE ist ein Akronym für Housing, Open Orders, Profit and Employment. Das heißt, das sind die Dominosteine, die in der Reihenfolge, hat das schon statistisch untersucht, fallen müssen. Wir haben erst Housing, was unter die Räder kommt, dann haben wir die Open Orders, die unter die Räder kommen, dann haben wir die Corporate Profits, die unter Räder kommen und ganz zum Schluss fallen die Arbeitsmarktdaten schlechter aus. Von dem Zeug haben wir nicht wirklich was gesehen. Arbeitsmarktdaten relativ stabil, Profits relativ stabil, Open Orders, Housing Market war kurzfristig eingefroren, ist aber, scheint sich jetzt wieder zu normalisieren, die Hausbuilders sind finanziell gut aufgestellt. Also alles das, was wir eigentlich erwarten sollen, in dem Szenario für Rezession, von dem ja auch Leute wie ich die ganze Zeit fabulieren und sagen, wann kommt sie denn endlich, wann kommt sie denn endlich, haben wir nicht wirklich gesehen. Ne, eben, also deswegen, ja, also weiß ich nicht, vielleicht magst du recht haben, dass wir die Rezession schon hinter uns hatten oder vielleicht kommt sie noch wirklich, also bleibt spannend. Ich glaube, Darius Dale hat das ganz schön definiert, der von Makro42, brillanter Makroanalyst, hat gesagt, es ist nicht seine Aufgabe, die Indikatoren zu forecasten, sondern die Indikatoren ins Modell reinzustecken. Und das ist ja auch immer so, dass, wie wir arbeiten, wo wir gesagt haben, okay, die Indikatoren haben uns gesagt, wir sind in einem Reflation-Goldilocks Szenario, wir waren so exponiert und alles andere ist dann da schön drüber nachzudenken, was kommen könnte, aber du interpretierst schon die Predictors, die kommen könnten. Sollte man nicht unbedingt machen in dem Markt. Nee, genau, also ich will nicht über das Thinking about Thinking diskutieren, oder? Genial, Thinking about, we're not thinking about, thinking about. Ja, genau, das überlasse ich auch lieber anderen, sondern ich gucke mir halt die Daten an, wie sie jetzt gerade stehen und versuche darauf dann meine Predictions zu machen. Und gerade halt diese Fundamentaldaten, die halten schon ein bisschen. Klar kann jederzeit alles passieren, aber ja, also nach den aktuellen Daten, wie wir sie haben, ja, ist jetzt nicht das klarste Bild, was man sich vielleicht wünschen würde, aber wir sind hier halt irgendwo zwischen Full Recovery und Early Recession, würde ich jetzt so dieses Gummiband ausdehnen. Wenn ich da natürlich auch gucke, dann so auf die Asset Allocation, wie positioniert man sich da nach der aktuellen Phase, sieht man halt auch, das, ja, die, da hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen, ich meine, wir waren jetzt das letzte Mal vor einem Monat zusammen, also das ist ein Wochenchart, wenn ich hier jetzt eins, zwei, drei, vier Punkte zurückgehe, da waren wir halt hier an diesem Punkt, ich kann mal den Pointer hier nehmen, Laserpointer hier, da waren wir irgendwo eins, zwei, drei, vier, also in diesem Bereich, da konnte man schon sehen, dass der Rohstoffmarkt und der US-Dollar eher schwach auf der Brust ist und, ja, das hat sich, und der Trend halt weiter nach unten ging, das hat sich hier im Grunde genommen bestätigt, wobei man hier natürlich auch wieder bedenken und wissen muss, dies ist wieder ein relativer Chart gemessen gegen den VBENX, also den Vanguard Balanced Index Fund, der zu 60% aus Aktien und 40% aus Bonds besteht, im Gegenzug zu denen waren diese Märkte halt eher sehr schwach. Government Bonds schmieren auch wieder ab, genauso wie die Corporate Bonds, HÜCK auch, also die High Yield Bonds, während der S&P halt hier wieder sich langsam nach rechts oben kämpft, also es steht aktuell für uns auch oder meiner Meinung nach von der Positionierung her, S&P über den Bonds, also wenn wir den TLT nehmen würden, 20 Jahre plus Bonds, dann ist da der S&P auch aktuell stärker und das signalisiert für mich, aktuell ist der Aktienmarkt immer noch das, die Asset-Klasse, wo ich lieber investiert sein will, im Vergleich zu den anderen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, beim TLT, ich habe hier gerade auf meinem Telefon das Ding, wir haben das erste Mal drüber geredet, dass man sich die Taschen vollladen musste, da waren wir so ungefähr bei 87 im TLT, ja, jetzt bei 96, also dass da ein Verschnaufer reinkommen muss und das ist auch, was ich ganz vorhin angesprochen hatte, diese enorme Volatilität, die wir vor allem mit 10-Jährigen sehen, dann sind wir, es ist enorm, das anzuschauen, ich nach wie vor würde auf der Government-Seite mit dabei bleiben, wir werden die Zinsen weiter runterkommen sehen und das wird für mich, das wäre jetzt wieder by the friendly dip auf der Gaffee-Seite wahrscheinlich. Ja, genau, also im letzten Video hatte ich, glaube ich, gesagt, ich vertraue den Bonds noch nicht ganz, dass sie jetzt steigen, relativ gesehen sind sie auch noch schwach, aber klar, da ich zwischendurch kein Update gemacht habe, ja, aber hat man halt gesehen, dass die Bonds dann doch Stärke bewiesen haben, absolut gesehen und dann doch, ja, wieder gestiegen sind. Wir sind von der Spitze bei 100 im TLT runtergekommen auf jetzt 96, 29. 20, ja, und wir haben gebrüllt, von dir mit Gebrüll, da als wir unter 90 waren, also, ja, es geht nie in einer geraden Linie nach oben, aber ich glaube von den Predictions, die uns auch der Relative Rotation Graf in der Vergangenheit gegeben hat, lagen wir da ganz ordentlich. Ja, auf jeden Fall eben und deswegen, ja, bleibe ich hier jetzt dabei, dass ich sage, okay, Aktien immer noch stark und wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen und Monate halt angetrieben durch die Marktbreite, durch die vielen kleinen Unternehmen und, ja, mal gucken. Dann natürlich Sektor-Performance, wie sieht das da aus, auch in Bezug auf den Wirtschaftszyklus, da gucken wir gleich nochmal auf die einzelnen Werte auch und, genau, aber hier mal das grobe Bild, da sehen wir halt zwei Ausreißer, einmal den Energiesektor, der sehr schlecht performt, auf relativer Basis gesehen und der Real Estate Markt, also der Immobiliensektor, der sehr gut performt, wo natürlich das Narrativ gespielt wird, dass die Zinsen jetzt wieder gesenkt werden, was grundsätzlich natürlich den Immobiliensektor in die Karten spielt, genauso wie auch den Finanzsektor, der hier die letzten Wochen auch sehr gut performt hat. Oh, der Immobiliensektor, kannst du dich auch daran erinnern, in dem letzten Video, was ich mit Nick aufgeschossen hatte, welchen Tret würde ich jetzt, würde keiner mit der Kneifzange anpassen, da war der Immobiliensektor. Genau, das sind meistens dann doch die interessanten Werte und, ja, genau, also hier nochmal als grober Überblick der SMP, wie hat der sich geschlagen die letzten Wochen, einmal jetzt kommen wir zu ein paar Charts, genau, wir haben neue Allzeithochs gemacht, haben jetzt in der ersten Januarwoche nochmal ein bisschen korrigiert und tupfen hier jetzt auf das vorangegangene Allzeithoch, so in dem Bereich 460 plus minus, paar zerquetschte, da tanzen wir jetzt rum und mal gucken, wenn, ob diese, diese Hochs jetzt halten und wir dann weiter nach oben steigen oder ob wir hier nochmal eine etwas stärkere Korrektur sehen. Ich aktuell gehe davon aus, selbst wenn... Du bist doch Techniker, sag doch mal was dazu, weil das ist eines der wichtigsten Schadmuster, die es gibt, ja, wir machen neue Alltime-Highs, wir müssen nochmal testen, ob das ein Fake-Ausbruch war, ja, das ist jetzt eine enorm wichtige Phase und da sind wir jetzt im Prozess drin, das Ganze zu testen. Wir würden jetzt eigentlich erwarten, dass wir nochmal unter das Alltime-High dippen, zu gucken, ob es wieder, ob es nur ein Fake-Ausbruch war, den wir gesehen haben. Wenn das hält, ja, dann ist Party-Time. Wenn es nicht hält, Doppeltop, aber wir sind jetzt... Und warum sage ich das? Das ist die Zeit der Optionen, weil wir werden nicht auf dem getesteten Alltime-High seitwärts laufen. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Instrumentarium Optionen auskennt und wir haben extrem billige Volatilität, das sind die Zeiten des Straddles, ja, wo du viel Premium ausgibst, aber bei enorm niedriger Volatilität macht es Sinn nachzudenken, so, okay, dass wir seitwärts laufen, glaube ich, das zeigt kein Schadmuster, wenn wir ein neues Alltime-High rausgenommen haben. Das heißt, es geht dann entweder gen Norden oder nach Süden drin. Da hast du dann einen Trade, der sich bei enorm niedriger Volatilität, die wir momentan immer noch sehen, ja, wirklich rechnen kann. Da guckt euch das mal genauer an, wer sich schon ein bisschen mit auskennt. Ansonsten noch ein schamloser Plug. Murat, wo sind wir eigentlich am 19.20.21? Lass mich mal kurz überlegen. Hey, wir sind in Seeheim und machen Optionen und Makro-Bootcap. Da gehen wir genau auf sowas noch ein. Genau, genau. Da können wir nochmal ein bisschen ausgiebiger darüber sprechen. Ja, genau. Also, klar, Chart-Technisch, ich bin natürlich ein Freund von der Chart-Technik und denke, dass viele Informationen da halt schon inbegriffen sind. Und grundsätzlich im Future-Markt spricht man davon, wenn wir neue All-Time-Highs machen, dass wir nochmal eine Trend-Folge sehen und noch höhere Preise. Und der ES wird halt auch als Future gehandelt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wir hier jetzt nochmal vielleicht so ein, ich habe hier mal die hochgrob eingezeichnet, dass wir hier nochmal so einen kleinen Rücksetzer machen. Hier dieser Bereich halt um die 455, 460 plus minus ist halt ein interessanter Bereich, der sollte eigentlich halten. Wir sollten auch nicht zu stark dann hier nach unten kommen mit einem zu großen Impuls, weil das könnte dann technisch schon eine Schädigung der Struktur hier sein. Aber wenn wir hier moderat nochmal runter kommen und vor allen Dingen, wenn wir dann hier sowas wie ein kleines Double Bottom, also so eine W-Formation jetzt ganz schematisch und simplistisch dargestellt, wenn wir das hier machen hier oben und wir brechen sozusagen diese Nackenlinie, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal weiter nach oben steigen, noch größer. Weil dann haben wir hier oben nämlich auf hohen Preislevels Volumen gebildet. Also da fand dann Handel statt. Und für jeden Käufer gibt es halt auch einen Verkäufer, für jeden Verkäufer einen Käufer. Und wenn wir hier oben halt so dieses Handelsinteresse ausbauen, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir nochmal höhere Preise sehen. Jetzt ganz simpel dargestellt. Natürlich stecken da noch mehr Strukturen dahinter, aber würde den Rahmen hier jetzt vielleicht sprengen, da auf alles einzugehen. Und ja, also so ist meine Sicht der Dinge. Wenn wir hier doch nochmal stärker runterkommen sollten, Farbe kann ich glaube ich hier nicht wechseln, ja, dann würde ich halt davon ausgehen, oh, vielleicht kommt dann doch das Szenario B zum Vorschein, dass wir hier dann doch nochmal tiefere Levels sehen. Als erstes Ziel oder Szenario würde ich dann diese Levels hier sehen. Wir sehen hier auch, dass wir in der Vergangenheit an diesem Bereich, ja, eine Fluktuation hatten, die halt nochmal dann interessant wird, ob wir die durchbrechen und was dann mit der Liquidität passiert, die hier unten halt liegt. Ja, genau. So, das kurz dazu. So, jetzt muss ich das alles mal eben kurz wieder wegmachen. So, ja, sonst versteife ich mich hier da in der technischen Analyse, weil ich habe noch ein paar Charts und dann, genau, dann sind wir auch bald durch. So, dann nehme ich ganz kurz einen Blick auf die einzelnen Sektoren und den Chart zu den Sektoren und genau, wie ich das sehe und dann am Ende im Wirtschaftszyklus halt einstufe. Wie gesagt, XLF, der Financial Sektor, eher relativ stark. Wir sehen hier auch im Chartbild eine ziemlich impulsive Bewegung nach oben. Könnte ich mir vorstellen, dass wir nochmal die Hochs hier oben angreifen und dann, ja, da weiterziehen. Wir brauchen, wir brauchen Financials für den Bull Market. Wenn Financials nicht laufen, siehst du keinen Bull Market, ja. Dann wird die Konjunktur nicht expandieren. Das heißt, das ist eines der ganz kritischen Faktoren. Du siehst, du siehst keinen, keinen langlaufenden Bull Market, ohne dass die Financials auch performen. Ja, okay. Ja, aktuell sieht das von der Hinsicht aber gut aus. Also wir, wir kämpfen uns hier langsam hoch, sehen jetzt keine großen Korrekturen. Also der könnte sich hier noch weiter durchbeißen, bis auf jeden Fall die Allzeithochs hier. Und mal gucken, vielleicht, ja, bestätigt der Bullenmarkt das Ganze dann. Auch hier unten seht ihr die relative Stärke gegen den S&P. Nochmal separat. Und auch da kann man halt nach Marktstrukturen gucken. Und da seht ihr hier eigentlich, ja, technisch gesehen, einen schönen Boden. Und wir brechen hier jetzt gerade nach oben aus. Und ja, ich stufe den Financial Markt aktuell eher stark ein. Eher schwächer ist der Healthcare-Sektor, auch wenn wir hier jetzt gerade, gerade die letzte Woche sehr stark performt haben. Aber relativ gesehen hier über die lange Zeit war der Healthcare-Sektor, also der Gesundheitssektor eher schwach. Und relativ gesehen zum S&P. Wie sagt denn mein Freund von uns, die planen schon die nächste Epidemie für März? Ja, werden wir sehen. Kann gut sein. Ja, kann gut sein, dass das jetzt, dass der Sektor deswegen jetzt gerade so nach oben ausbricht. Ja, dann halten wir unsere Masken mal wieder bereit. Also auch relativ gesehen hier sind wir an einem ziemlichen Tief. Aber da kommt er jetzt gerade nach oben. Aber über die längere Sicht gesehen war das eher eine schwache Performance verglichen zum S&P. Der Industriesektor sieht dann ein bisschen besser aus. Könnte auch noch mal ein bisschen mehr anziehen. Hat auch jetzt neue All-Time-Heist gemacht und kommt gerade wieder ein bisschen zurück. Aber vielleicht rappelt der sich noch mal auf und klettert weiter nach oben. Der XLU-Utilities-Versorger, die waren, wie ihr seht, im Vergleich zum S&P eher schwach. Und auch im ARG seht ihr, dass da das Momentum auch wieder nachlässt. Und ich gehe davon aus, von einer Unterperformance verglichen zum S&P in dem Utilities-Sektor. Also defensive Sektoren sind aktuell eher uninteressant. Auch hier im relativen Chart hier unten sehe ich da jetzt keine übermäßige Bewegung nach oben oder so. Das lassen wir mal so stehen. Dann, klar, der XLK-Technologiesektor, absoluter Outperformer, sehen wir auch hier in dem relativen Chart. Auch in dem Relative Rotation Graph. Macht gerade so einen kleinen Knick nach unten. Da wurden wahrscheinlich ziemlich viele Gewinne mitgenommen. Aber grundsätzlich ist das mitunter einer der stärksten Sektoren. Und ich gehe davon aus, dass er auch in diesem Jahr weiter outperformen wird. XLRE, da habe ich ein größeres Auge drauf, weil der aktuell ziemlich stark performt hat. Der kommt hier auch im ARG jetzt erst quasi in den ersten Quadranten hier, in den Leading-Bereich. Und ich gehe davon aus, dass das Momentum und auch die Outperformance anhält. Und der Trend also auch hier quasi ein Überschreiten von dem Improving-Quadranten in den Leading-Quadranten ist ein konservativer Einstieg für den Long. Und ja, das sehe ich in dem Immobilienmarkt gerade auch. Und das kann nochmal ein richtig spannender Sektor werden. Dann der Materials-Sektor auch eher gemäßigt hier im ARG zu sehen. Die Punkte sind ziemlich dicht beieinander. Also da ist kein großes Momentum im Vergleich zum S&P. Im übergeordneten Bild hier mehr oder weniger eine Seitwärts-Performance. Also der ist ein bisschen lahm. Aber mal gucken, vielleicht kommt da auch nochmal ein bisschen Bewegung rauf, wenn die Konjunktur nochmal richtig anlaufen sollte. Ja, und mal sehen, wie der so sich schlägt. Dann der Communication-Services-Sektor, XLC, auch einer der Gewinner in dem letzten Jahr. Und ich hatte damals hier irgendwo Optionen gekauft, habe hier dann kalte Füße gekriegt, weil ich dachte, ja, vielleicht geht es doch nochmal runter. Hätte ich mal behalten sollen über den Long Run. Aber genau. Der auch einer der, ja, drei großen Gewinner aus dem letzten Jahr und wo ich halt auch erwarte, dass der nochmal die Führungsspitze annimmt hier in dem ganzen Spektakel. Auch im ARG aktuell hier zwar ein bisschen runtergekommen, aber wir sind immer noch auf der rechten Seite. Könnte mir gut vorstellen, dass wir hier so eine Drehung machen nach oben und dass das Ganze dann weitergeht. Einer der, ja, letztjährigen oder 2022 Superperformer legt hier eher so eine Seitwärtsphase hin. Natürlich im Vergleich zum S&P, der sehr steil nach oben gelaufen ist. Eher eine schwächere Performance. Also da könnte man jetzt keine großen Gewinne rausreißen wieder. Könnte eine Konsolidierung sein. Mal sehen, wir kommen auch im Energiesektor, der ja sehr stark gekoppelt ist, auch mit dem Ölpreis. Kommen wir jetzt auch in eine, ich glaube, ab Februar, März in eine positive Saisonalität. Mal gucken, vielleicht ist das gerade nur so ein Verschnaufen und dann kann es nochmal nach oben gehen. Müsste man weiter beobachten. Das war aber genau dieses Ding. Gehen wir mal einen Schad zurück mit dem Robert. 21, als keiner das Ding haben wollte. Als unsere Spritz gezeigt haben, ja, das war das Krokodilmaut. War absolut eine der verdroschensten Sektoren, die es überhaupt gab. Keiner wollte mit der Kneifzange anpassen. Anfang 23 war das der most crowded trade, der draußen war. Jeder hat Hosianna gebrüllt. Und wenn jeder Hosianna brüllt, was sehen wir da? Okay, offensichtlich kamen die Johnny Come Lately, sind in 22 eingestiegen. 21 hat sich bei jedem rumgesprochen. Und jetzt saßen alle drauf und haben darauf gewartet, dass sie über Nacht Millionär werden. Das ist eben nicht passiert. Das ist das klassische Muster, was wir immer sehen in so einem Fall. Genau, genau. Und hier entwickelt sich auch ein interessantes Chartmuster, überschneidet sich sicherlich auch mit vielen anderen Konzepten. Aber wer mit diesem Chartmuster auch sehr erfolgreich getradet hat und bekannt wurde, auch einer der Market Wizards geworden ist, Marc Minervini. Und der hat halt irgendwann mal für sich oder sein spezielles Pattern, womit er halt Millionen im Markt gemacht hat, ist nach einem Aufwärtstrend, wenn wir so eine Seitwärtsphase haben. Und wir bilden dann hier so kleine Schüsseln oder Tassen oder wie man das auch immer bezeichnen will. Ja, und die werden immer kleiner. Das bezeichnet er als VCP, also Volatility Contraction Pattern. Und er hat damals seine Aktien immer danach ausgesucht, dass er halt einen Aufwärtstrend haben wollte. Dann dieser VCP entstanden ist, weil danach kam oft eine sehr starke Aufwärtsbewegung. Und das ist halt auch asset übergreifend. Und da, als ich das jetzt gesehen habe, fand ich das auch interessant. Und wie du gesagt hast, also das, wo keiner eigentlich aktuell großes Interesse dran hat, könnte dann halt doch wieder interessant werden. Auch da wieder die Brücke zu Howard Marks, Second Order Thinking. Das, was keinen interessiert, da lohnt es sich dann vielleicht doch mal ein Auge drauf zu werfen. Und das ist der Energiemarkt meiner Meinung nach auch. Und ja, genau. Was für eine Story dann gespielt wird am Ende, werden wir dann sehen. Und ja, aber ein bisschen außer der Reihe. Trotzdem finde ich den Energiemarkt interessant. Anders sieht das beim XLP aus. Consumer Staples. Wie gesagt, auch wieder ein defensiver Sektor. Sehen wir auch im ARG, dass der hier so einen Knick nach unten macht. Auch ein gern gesehenes Pattern von mir. Im ARG, wenn wir so eine Hook machen, ich bezeichne das als Hook Pattern, das ist oft ein Zeichen, dass der dann wirklich weiter in diese Richtung, in die er den Haken geschlagen hat, weitergeht. Was in diesem Fall halt links unten wäre und damit eine verhältnismäßige schwache Performance im Gegensatz zum SMP darstellen würde. Und ja, das Chartbild zeigt auch, gut sind wir hier an einem interessanten Widerstandsbereich. Mal gucken. Aber das ist jetzt nicht der Überflieger, den ich die nächsten Wochen oder Monate erwarten würde. Consumer Discretionary. Da sind wir jetzt auch beim vorletzten Chartbild. Der ist wiederum aus einer Korrektur, meines Erachtens nach, wieder jetzt auf dem Weg nach Nordosten. Und der ist jetzt gerade über den, ja, über diese Schwelle von dem dritten Quadranten, wir zählen ja im Uhrzeigersinn, 1, 2, 3, über die Grenze jetzt in den vierten Quadranten gekommen. Das sind für mich early oder frühe Einstiege, sind meistens ein bisschen riskanter. Aber wenn ich mir hier den Chart angucke, sind wir hier auch in einem interessanten Unterstützungsbereich. Wir haben diese Hochs hier jetzt rausgenommen. Nochmal, das sind jetzt keine All-Time-Heights, aber Zwischenhochs. Da haben wir jetzt nochmal korrigiert. Wenn wir von hier aus nochmal weiter nach oben brechen sollten, ist das auf jeden Fall ein interessanter Unterstützungsbereich und könnte mir vorstellen, dass wir auch im Zuge der Gewinner aus dem letzten Jahr hier in diesem Sektor nochmal positive Performance sehen würden. Und das wäre, wie gesagt, eins meiner Lieblings-Patterns hier. 45-Grad-Winkel, Nordosten, Bewegung, Wechsel von dem dritten in den vierten Quadranten. Und dann sollte die Party eigentlich hier weitergehen, gen Nordosten. So, dann, ja, wenn ich mir das alles so angucke und dann in dem Wirtschaftszyklus auch nochmal einsortieren soll, dann habe ich hier, dass die, ja, die guten Sektoren oder starken Sektoren mal mit grünen Punkten markiert, was halt der Technologie-Sektor, Communication Services, Real Estate und Financials ist. Und genau die Schwachen, das war halt der Energy, Healthcare, Utilities und Consumer Staples. So ein bisschen mittelmäßig oder neutralstufig Materials, Industrials und Discretionary ein, wobei Discretionary auf der Schwelle eigentlich zum Positiven ist, also grün. Und damit sehen wir eigentlich, ja, dass sich das Bild schon so ein bisschen bestätigt. Also die orangene Sinuskurve ist halt der Market Cycle, der Aktienmarkt. Und da können wir halt sehen, dass wir in dem Bereich, so hier unten, Market Bottom, auf dem Weg zu einem Bullenmarkt sind. Und wie du eben erwähnt hast, für einen Bullenmarkt sollte der Financial Sektor positiv performen. Also hier baut sich schon eine positive Performance auf, die wir in dem Technologie- und Communication Services Sektor schon sehen. Und da könnte es nochmal, ja, die nächsten Wochen und Monate, ja, ordentlich nach oben gehen. Von den Fundamentaldaten her sind wir, also bei den Fundamentaldaten sehe ich auch dadurch, dass wir halt gerade in dem Verbrauchervertrauen und Industrial Production, also die, ich sag mal, der Durchschnittsbürger ist aktuell noch euphorisch oder positiv gestimmt. Ich sehe aber schon im Hintergrund in den, also an den Zinskurven, dass sich da ziemlich graue Wolken aufbauen. Und da bleibt es natürlich auch spannend, weiter zu beobachten. Wird die Euphorie irgendwann dann halt doch gedämmt durch die, durch die wirklich harten Marktdaten, bezeichne ich jetzt mal so? Oder zieht das Ganze nochmal wirklich an und wir sehen eine Super-Rallye im Aktienmarkt. Das wird halt auch nochmal spannend. Aber aktuell, finde ich, passt das Bild, auch wenn dieser Wirtschafts- oder der Economic Cycle ein bisschen, ja, langgezogen zu betrachten ist. Der Aktienmarkt baut sich gerade für eine, ja, Aufwärtsbewegung auf. Worauf ihr darauf achten müsst, wenn ihr die Presse verfolgt oder die Medien, ist Financial Conditions, ja. Wenn Financial Conditions, die sich verschlechtert haben, deutlich verschlechtert haben, wenn da wieder eine Erholung reinkommen sollte, dann ist das die Bedingung, dass die Banken auch performen, ja. Dann haben wir das Szenario, was Morat gerade aufgebaut hat. Aber wie gesagt, das ist der Punkt. Schaut euch Financial Conditions an, hört genau hin, wenn das in der Presse erwähnt wird, sehen wir da eine Erleichterung, ja. Das wird auch das Konsumervertrauen ausschlagen. Wenn die wieder besser werden, dann werden die Banken mehr Geld machen. Und dann haben wir wirklich das Szenario für eine positive Entwicklung. Wenn die schlecht reinkommen sollten oder wenn die sich verschlechtern sollten, dann baut sich was auf, wo du sagen kannst, bildet sich eventuell ein Double Top raus, ja. Weil was der Aktienmarkt auch immer gerne tut, ist, rallye richtig in das Partyende rein. Ja, das haben wir schon so oft gesehen. Es ist so dieses eher neue Höchstkurse, oh, Rezession. Ja. Aber wie gesagt, das ist einer der Leading-Indikatoren, da müsst ihr ein Auge drauf haben. Ja. So sieht's aus. Und damit bin ich auch schon jetzt am Ende. Und der Markt, ja, da habe ich nochmal einen Spruch von Julius de Kempner aus einem seiner letzten Videos. Markets are connected to fundamentals, but only by a mile-long rubber band. Wunderbar. Man sieht halt, die ersten Anzeichen oder vieles ist halt im Preis schon inbegriffen oder wird im Preis dargestellt. Fundamentale Daten sind vielleicht nicht zu vernachlässigen, aber die Preise sind dichter an dem, was eigentlich am Markt geschehen, meiner Meinung nach. Und ja, das wird nochmal von Julius hier verdeutlicht in diesem Satz. Und damit, ja, sind wir auch schon am Ende angekommen. Und, äh, genau. Thorsten, ich übergebe nochmal kurz an dich. Super. Murat, ich danke dir. Ich finde, das war eine super Show. Du solltest dann eine Stomp-Speech draus machen. Vor allem die statistische Analyse am Anfang. Ähm, das ist extrem valuable, sowas am Anfang des Jahres zu zeigen, wie sieht das eigentlich aus. Weil das, was wir ja immer, wir predigen das ja an jeder Show, wir suchen die Priors. Wir suchen uns erstmal ein statistisches Modell, was uns sagen kann, was sollte denn eigentlich passieren. Und dann gehen wir in die Details mit rein. Und wenn wir dann unser Risikomanagement noch sauber aufbauen, dann haben wir genau das Szenario, in dem du in diesen Märkten auch ordentlich investiert sein kannst, ohne die Nerven verlieren zu müssen, ja. Lernt das Instrumentarium, wisst, was in dem Markt wichtig ist, wo gerade draufgeschaut werden muss, wie ein Wirtschaftszyklus funktioniert. Und das, was Murat uns ja jetzt schon mehrere Monate zeigt, dass Momentum und relative Stärke einen enormen Einfluss auf die Märkte haben. Und wenn ich mir den Track-Rekord anschaue, den du uns so gezeigt hast, wer danach investiert hätte mit den richtigen Instrumenten, hätte eine schöne Überrendite erzielt. Ja, Gott sei Dank. Super. Jetzt haben wir unseren Humble Break losgeworden. Murat, nochmal vielen Dank. Hast du noch ein letztes Wort? Ja, ich freue mich auf alle, die ich in Sehem sehen werde. Und wer dieses Mal nicht dabei sein kann, hoffentlich dann beim nächsten Mal. Und ansonsten sehen wir uns spätestens im nächsten Video dann Anfang Februar. Klasse. Murat, vielen Dank. Vielen Dank an euch alle, die zugeschaut haben, wenn euch das gefallen hat. Teilt es bitte, liked und hinterlasst uns Kommentare. Wir werden die alle beantworten, wie es die Zeit erlaubt. Aber bisher haben wir es, glaube ich, immer geschafft. Also in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen euch bald. Macht's gut. Tschau. Tschau.